Am SwissBau Innovation Lab der SwissBau 2020 dreht sich alles um die digitalen Transformationen. Im Fokus steht das Areal Abtan Basel, welches dem SwissBau Innovation Lab als Innovationslabor dient. Die Müller-Steinaug-Gruppe, Designraum, Hilti, IOC Systems, Iten Brechbühl und die Swisscom haben sich zusammengeschlossen, um im Innovation Lab in der Panzerhalle ein gemeinsames interdisziplinäres Projekt vorzustellen. Mit Hilfe von Virtual Reality ist es uns gelungen, neue Technologien in der Bau- und Immobilienwirtschaft erlebbar zu machen und wir zeigen auf, wie Gebäude in naher Zukunft geplant, gebaut und genutzt werden. Die Besucher erhalten die einmalige Möglichkeit, auf einer Virtual Reality Rollercoasterfahrt verschiedene Stadien und Disziplinen des digitalisierten Baus auf ganz besondere Art und Weise zu erleben. Jeder der sechs Partner hat einen Teil der Fahrt thematisch gestaltet. So werden innovative, komplexe Ideen visualisiert und für die Besucher sichtbar, spürbar und verständlich gemacht. Machen Sie sich selbst ein Bild und wagen Sie eine Fahrt ab dem 14. Januar in der Panzerhalle an der Swissbau 2020.